Als erstes möchte ich Sie alle mal recht herzlich bei uns in der Brauerei Rabin-Hofan begrüßen. Wir sind heute alle da, um den Bierprinz-Sud einzubrauen. Unser Bierprinz, der Sebastian Goga, hat sich gewünscht oder die Vorstellung gehabt, einen eigenen Sud einmal zu kreieren und den zu verwirklichen, zu brauen und dann auch zu vermarkten. Oder wie soll ich sagen, dass wir den dann praktisch in den Brauereien einmal verkaufen. Das ist also eine einmalige Angelegenheit, deswegen auch diese Sonderedition. Das ist der höchste Wunsch eigentlich, dass man sein eigenes Rezept, sein eigenes Bier auch mal wirklich verwirklichen kann. In einer großen Anlage für das Verhältnis eines Hobbybrauers auch mal brauen zu dürfen. Es wird ein Merzendier werden, das kann ich schon mal verraten. Also das ist eigentlich schon sicher auch, wenn der Geschmack vielleicht etwas noch variiert zu den Vorstellungen jetzt, aber es wird ein Merzendier werden. Also etwas stärker eingebrautes Lager, das etwas dünklere Farbe auch hat wie ein normales Lagerdier. Und ja, da freue ich mich darauf, jetzt heute noch den Sud fertig zu fahren.